Test, Test, hallo, hallo Test, hallo, da sind wir, hallöchen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier zur TLA Gaming Show Nummer, lass mich kurz gucken, 26 des Jahres 2022, hallöchen Tobi, hallöchen Anna, der Tobi ist auch hier gleich mit dabei, ja und zwar ist er jetzt auch da, hallo Tobi, ich grüße dich, grüß Gottli, Anna ist heute nochmal da, da freue ich mich sehr drüber, Jan ist auch da, hallöchen Jan, ich grüße dich, schön, dass du auch da bist, aus deinem Normand ist ein N und Hashtag 39 Komma Punkt Oment geworden, ich lache, ich bin amüsiert, weil das die Twitch-Integration anscheinend nicht richtig hinbekommt, ein einfaches Hochkomma, es ist nur ein Hochkomma, mehr ist es nicht. also, also, der, der, der oben, der gerade Strich runter, nicht der, nicht der schräge Strich, nicht das Apostroph, sondern der gerade Strich nach unten, das Hochkomma, das kriegt es nicht hin. Und ich behaupte mal, ich mache jetzt mal einen kleinen Test, nur einen kleinen, ja siehste, mit einem, ne, so geht's, mit einem so geht's nicht, weißt du Bescheid. Ja. Ich habe in meinem Geiste eben eine spontane Umentscheidung und dann wieder eine Umentscheidung der Umentscheidung getroffen. Und zwar wollte ich eigentlich heute Abend nochmal Package-Inspektor weiterspielen, aber da ich gesehen habe, dass der gute Tobi sein Spiel bereits gestartet hat, werden wir das natürlich auch tun. Und deswegen habe ich mich wieder zurück zum ursprünglichen Plan entschieden. Warum hätte ich mich umentschieden? Weil die Leute, mit denen wir sonst immer gespielt haben, die sind heute nicht da. Was? Ja, nein, nicht da. Genau. Ich muss ganz kurz noch was Organisatorisches klären. Organisatorisch. Top 10 Top 10 Top10 Bri. Brie, ja, klasse, nee, sollte bei mir gehen. Man ist ja immer flexibel. So, was hast du gesagt, wann kommt denn die Beta, die Open Beta? Eigentlich schon vor zwei Tagen. Mhm. Wie ich weiß. So, und wieso kann ich die nicht auswählen hier? Wenn nicht, kann sie auswählen. Hast du eine E-Mail von Blizzard bekommen, dass du einen Key hast für die Beta? Nee. Was ist denn das für ein Käse hier? Das kann ich nicht. Wir haben einen dritten Spiel abendet. Wen? Es fängt an mit einem Z und hört auf mit einem Erebro. Nein, das ist nicht wahr. Das freut mich ja riesig, den habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Und ihr sicherlich auch nicht. Also wir alle nicht. Machen wir mal das Spiel auf. Er schläft zwar Stein, aber er hat eine Runde, kann er mitmachen. Was ist mit ihm? Er schläft kurz, ist vorm Einschlafen, aber ein Röntgen geht schon. Oh. Auch ein sehr, ich habe sehr geschrieben als Server. Ich lache auch schon ein. Du schläfst auch ein? Nö. So. Hast du heute nichts gearbeitet? Nee, ich hatte frei. Drei Tage. Ja. Siehst du? Dann wundert es mich ja nicht, dass du müde wirst. Müde vom Nichts tun. Warum habe ich Doppeldienst? D, D. Morgens muss mich ja fün... Dumm das, ich weiß. Morgens muss ich wieder um fünfe raus. Nee, D, D. Äh, jeder Linux-User weiß, was D, D tut. Das ist der Disk Destroyer. Command. Ja, auch sonst bin ich... Auch sonst bist du... Weißt du Bescheid, ne? So. Helium immer. Pass auf, pass auf, pass auf. Dann machen wir. Ich will nämlich, ich will nämlich was testen. Ich habe eine neue Encoder-Einstellung für meine Aufnahme. Wir gucken jetzt mal, weil wenn ich diese Aufnahme, das nehme ich jetzt als Testaufnahme, wenn ich das vergurke, ähm, also wenn das jetzt schon nicht läuft, machen wir danach, ach, also machen wir dann nichts anderes außer Overwatch heute. Wenn das hier sauber funktioniert, spielen wir jetzt ein paar Runden Overwatch und dann versuchen wir uns nochmal am Landwirtschaftssimulator, weil ich endlich will, dass das verdammt nochmal funktioniert. Meine Damen und Herren, begrüßt den Special Guest des Abends, the long verschollen, the one and only Cerepo. Hallöchen. So übertreiben muss jetzt auch wieder nicht. Ach was? The long, the long verschollen. Du kannst dir nicht, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, deine Stimme nochmal zu hören. Das ist das erste Mal, dass wir uns dieses Jahr hören, glaube ich. Ja, das ist das erste Mal und vor allem hörst du mich eigentlich jetzt in bester Qualität. Absolut. Ich wollte sagen, also deine Stimme, die ist, also, ich fühle mich in mein Öhrchen geschmeichelt. Der hat auch so einen Titel für die nächste Cap. The long verschollen. The long verschollen. Ich lasse es auf der Kappe drucken und die schicke ich dir dann nach Österreich. Kannst du gern machen. Bei mir hat sich einiges getan, definitiv. Also ich habe mir jetzt für 600 Tacken so ein Sennheiser Funk-Mikro geholt. Okay. Wir hören ihn jetzt atmen. Richtig. Aber in... Ja, nee, nee. In der Hinsicht ist das Crisp doch recht gut. Ja, eben. Deswegen, also wir hören ihn zwar atmen, aber in so einer... Klarheit. Intensität. Und, also, du könntest quasi, nimm die feinste Nadel, die du findest, stechst sie in ein Papier. Das ist noch nicht gestochen scharf genug, so wie wir das jetzt hier gerade hören. Und es kommt, also zumindestens auf meinem Ohr kommt es so an, wie das in der Aufnahme jetzt gleich, also wie sich das in der Aufnahme beziehungsweise im Stream widerspiegelt, kann ich nicht beurteilen, weil ich höre es nicht selbst, aber von dem, was ich höre, kann ich sagen, dass es auf jeden Fall mal verdammt geil klingt. Ja, wurde mir definitiv auch schon gesagt, also das macht auch schon einen Riesenunterschied in VR-Chat generell auch. Oh, come on, ey. Wendig, könnt ihr uns jetzt mal einladen? Ja, 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 warte. Ich habe auch Watch so lange nicht mehr gespielt, ich habe einen Rechner, glaube ich, zwischendrin mal aufgesetzt und nie wieder installiert, aber Watch. Das stimmt. Kurz Wachunterbrechung. Ihr könnt ohne mich anfangen, bei mir könnte es ein bisschen dauern. Ja. Ja. So, jetzt werden wir erstmal keine WhatsApp-Nachrichten mehr beantworten. Wir schalten mal um auf das Spiel. Das wunderschöne, wunderschöne Overwatch. Was ist das für ein geiles Profilbild, Alter? Wo? Äh, nee, Tobi, in Overwatch, was ist das für ein geiles Profilbild? Wann ist das Alton? Ja. Kein Name? Ist das neu? Muss sie neu sein? Player-Icon. Ah, lol. Jemand hat mir dieses komische Gründer-Paket geschenkt. Ich war es nicht. Das glaube ich dir auch. Und deswegen hast du auch schon Zugriff auf die Beta, du Nase. Wahrscheinlich. Die ist nämlich eben nicht für alle gar ab, äh, ab, äh, hier. Wann war, was war Mittwoch für ein Tag? 29. Ja, 28 war es, glaube ich. Ne, so, sagte ich doch bereits, weil das käme mir nämlich sehr komisch vor. Keine Ahnung. Na dann. Sie ja auch die Screens haben, warte mal. Na dann herz, dann herzlichen Glückwunsch. Spüre den Sarkasmus. Herzlichen Glückwunsch. Bis hierher. Ja, ich spüre den Mittelringer in meinem Gesicht. Ja. Unterstützt ja nicht den Content Creator, hm. Das nenne ich. Unterstützt den, äh, den Unterstützer. Genau, so. Ey, was, wie, wo? Genau. So. Kennen wir? Ja, verdammt. Das ist ja wieder die beleidigte Leverwurst. Die Hacker. Das ist gut, ich bin jetzt schon, ich hab nicht eine Minute im Match verbracht und bin jetzt schon salzig. Jetzt schon. Es geht schon perfekt los. Wenn nicht, du sollst dir den Hamster nebenbei holen, den du ab und zu würgen. Der Hamster kann mich mal am Arsch lecken. Hier, mein. Wo ist es? Den Jürgen würgen. Da. Genau. Ah. Das ist der Jürgen. Nee, das ist das Diva Mare. Das muss heute herhalten, so. The mild shake of the camera. Bobs. Wir haben nicht boobs im Team, wir haben bobs. Bobs. Bobs, decline. Guter Kanal übrigens auf YouTube, könnt ihr euch gerne anschauen. Gegner-Team ist Inuyasha und Kargore. Inuyasha ist doch, äh, Naruto, ne? Na, Alter, ist ein eigener Anime. Achso. Ich hab's jedenfalls schon mal irgendwo gehört. Ich bin nix hinter dir. Warte. Warum ist meine Maus schon wieder so schnell? Es fackt mich doch schon wieder ab hier. Das weiß ich nicht. Bleiben wir mal auch mal hinten heran. Machen sie das. Ich hab ja gerade festgestellt, dass der... Ich hab grad festgestellt, also ich hab kurz gerade ein paar Sekunden aufgenommen. Das war eine absolute Katastrophe. Mit dem neuen Encoder funktioniert's nicht. Also werden wir später auch kein Landwirtschafts-Zimmer durchspielen, weil es bringt nix. Ja. Könnt ruhig auf mich schießen. Ich bin hier auf der Fracht. Ich fahr mal hier weiter. Da oben ist da wieder mega. Guck mal um mich, komm. Okay. Wird auch ein wenig. Ich wurde weggelasert. Hast du da ein Quietschenchen oder was? Nee, ich habe das Diva-Mari. Das Diva-Pachimari. Na, okay. Aber es macht nur einmal Quietschen. Normalerweise soll es zweimal Quietschen machen. Nämlich beim Draufdrücken und beim Loslassen. Ich hab's gerade kaputt gemacht. Was heißt, du quietscht? Ich hab draufgehauen, ja. Oh, man. Jetzt hast du's kaputt. Vor allem, dass Diva-Mari. Das macht mich jetzt traurig. Ich hab eigentlich gar keine Lust mehr auf die ganze Scheiße. Benji stört. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein Overwatch-Classic, dass man nach kurzer Zeit keinen Bock mehr drauf hat? Ah ja, es funktioniert wieder richtig. Hab ich's in die Kamera gehalten? Ich weiß nicht. Da ist es. Schaut's euch an. Wir haben. Durch den. Abschnitt einnehmen. Hier drauf. Die erste Runde läuft irgendwie noch nicht so ganz. Also, bei mir zumindest noch nicht. Ah, bei mir lief's ja noch nie. Nö, hier wird nicht wiederbelebt. Ah, steh. Tschüss. Okay, mal. Oh. Ah, du blöder Penner. So. Da versucht der Genji zu Solo-Ulten. Und was ist? Er ist halt nur halb am Leben. Ich will nicht geheilt werden. Geht doch alle weg. Ha. Bitch. Oh, was ist das? Nein, er war so low. Low, 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 low. Ich muss aufs Klo-Low, low, low. Okay, ich will es auch. I'm ready to initiate you. Ich will nicht mehr. Ist das Klo, 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 Klo. Was ist der sagt? Raw. In your anus. Oh, herrlich. Oh. Ich stelle da einfach um auf wieder x2, auf x264 Aufnahme und dann passt das. Also, wenn ich OBS neu gestartet habe. Momentan ist Dompa noch selber gepowered bin in Overwatch 2. Aha. Vielleicht gebe ich aus Protesten jetzt einfach die 40€ selber für das Gründerpaket aus. Ne. Mich alle mal am Arsch lecken. Was soll denn die Scheiße hier? Oh Gott, das sind alle. Das sind einfach fucking alle. Hallöchen Stefan, ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir denn? Ich würde mal tippen. Er ist auf Arbeit. Stimmt das? Er ist unter Arbeit. Und wenn ja, hast du wieder Langeweile. Falls du schon zu Hause bist, dann genieß deinen Feierabend. Fest raus, ich freu mich im Geräte. Hm, das weiß ich so nicht. Fucking Genji, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich habe gesehen, dass Overwatch momentan kostenlos ist. Ich lade es mir mal herunter. Go, Jan. Go for it. Ist Overwatch im Moment wieder kostenlos? Holy Jesus. Du müsstest es sogar noch installiert haben, wenn du dein PC zwischenzeitlich nicht... Schon wieder! Schon wieder die Old Shotdown. Das gibt's doch nicht. Stirb. Himmel Arsch. Du Pupperschläger. Es ist dumm, auf die, die geheilt wird, als erstes drauf zu gehen. Ficken. Jetzt nicht. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal in seinem Leben, dass der Jan Overwatch spielt. Es war ja schon mal kostenlos. Schon mehrfach. Ich habe ihn immer wieder dazu animiert. Hol dir das Spiel doch dann. Hol dir das Spiel doch dann. Weil es macht ihm ja eigentlich Spaß, wenn ich mich richtig erinnere. Bewegt die Paar. Und Wuff. Ach, kackt doch die Wand an. Nee, lieber nicht. Mach eine Sauerei. Und gesprayte Wand. Slotter, moin moin, du Einfrau-Massenvernichtungswaffe. Ich grüße dich, schön, dass du reinschaust. Und danke. Bitte was? Du Einfrau-Massenvernichtungswaffe. Ja. Das ist Slotter, wie er leibt und lebt. Wie er säuft und läuft. Wie er lebt und lebt, wie er fällt und schreit. Ja, ist er auf dem Pferd geritten oder was? Wie gesagt, wie er säuft und läuft. Wie er säuft und läuft. Wie er trinkt und hinkt. Wie er rotzt und kotzt. Ja. Wie er blinkt und stinkt, ey, was? So, ist der Cerebro schon soweit. Ich habe auf Cancel Search gedrückt, verdammt noch eins. Ich habe 19 GB noch runterzuladen. Ja, dann spielen wir noch eine Runde. Ich spiele gegen... Das könnten wir es hindauern. Stefan spielt gerade gegen sich selbst Schach. Ah ja. Interessant. So, der Janemann ist am runterladen. Und ja, wie er schwingt und hängt. Oh, das könnte man falsch verstehen. Wait, was könnte man auf diesem Kanal bitte nicht falsch verstehen? Wir sind heute ein sehr komisches Team, wenn wir Cerebro haben und Jan. Wait, what? Wait, what, Scherz? Keine Werbung. Wir sind sauladen. Hey, was? Habe ich nicht gesagt. Was? Hm. Ich sage nur eins dazu. Wir sind... Wir sind Kinder im Körper eines Erwachsenen. Das kommt dabei raus. So was. Eben. Wie war das? Äh... Kinder bleiben immer Kinder. Sie werden nur älter und die Spielzeuge werden größer. Wo früher Batterien und eine Fernsteuerung war, ist heute ein 5,8 Liter V8-Motor. Das könnte ich sein. Eben. Garten. Was will ich im Garten? Wenn nicht. Oh, Miss Mario, ich bin heilfroh. Warum ist Mario? Du bist so ein Hajo. Pai. Komm schon, der musste sein. Der war gut. Ende. Nein. Oder ein 110-KW-Motor. Ja. Elektromotoren sind auch toll. Wir haben einen Elektrosmart zu Hause. Und ich blicke nicht mehr durch zu viele Zeitlinien. Ach, du spielst wieder... Hier, wie heißt dieses Spiel? Äh... Three Dimensional... Äh... Ne. Irgendjahr halt. Multiplayer-Chess in 4 Dimensions oder so. Irgendein Scheiß-Dreck, was weiß ich. Wow. Ich will mich grad teleportieren, das ist schon kaputt. Frech halt. Hallo, Orisa. Ich bumse dich jetzt mal. Oh. Oh. No, 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 no. Oh. Ätzken. Ha! Bitch! Ich bin nicht halt wieder, Leute. Yes. Smack die shit out of her. Ich bin mal. Smack it. She's on the floor. Smack it. Kann man jemand diesen... Lucio hier verdammt noch eins. Ah! La 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 la. 5D Chess with Multiverse Time Travel. So hieß es, ja. Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Ist doch ein ganz einfacher, normaler Name. Absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Tschüss. Au revoir. Ich weiß nicht, wenn ich von der Ulle getötet wurde. Deshalb kann ich nicht sein. Tschüss. Ihr seid langweiler. Aber so hat die... Die... Die Dingens wenigstens ihr Uld gewastet. Ich lache. Ja, da bringen die Geschütze absolut gar nichts. Hm. Die Geschütze? Ist da Korbion im Einsatz? Nee, äh, die Symmetra Turrets. Ah. Mikrowellen-Türme. Äh, wer ist da? Da ist es dumm, fest. Ich glaub's hakt. Nee, es festet. Hahaha. Und? Es dumm und festet. Das ist dumm, faul. Oh, da hinten ist da, wo ist er? Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh, da ist noch so ein Ding. Ah, zu viel Schaden. Ich werd gleich gefistet. Jawoll. Ah. Äh. Ich hab ein Video gesehen und deswegen, ähm. Ähm. Das wollen wir jetzt auch nicht wissen. Denn denkst du, hast du ein Video gesehen? Flipflirt hat dieses Video auch gesehen, ja? Und hat drauf reagiert. Äh, nein. Ich mein, nachdem ist der Gag. Es war, also der Satz, ich habe ein Video gesehen, ist einfach nur ein ganz normaler Satz. Und es steht nicht in Kombination mit irgendeinem anderen vorhergesagten Satz. Weil beide gesagten Sätze werden durch einen Punkt voneinander getrennt. Denn erst ein Punkt macht einen Satz zu einem vollständigen Satz. Ah, leck mich doch am Arsch hier. Okay. Ja, haupteig der Spruch kommt noch. Na, danke. Bitte. Hör. um als ich nochmals ist nicht vorliegen überwiegen die kummer das krim konnte es an der pläscher 1! DING 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 Jum first lied to friend genau any baby DING 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 too high cling 쓰ier k acquzie also die frage ist wenn ... wenn wenn das video wegen dieser passage urheberrechtsbeschwerden bekommt Dann werde ich in meinem nächsten Leben Musikbox Jawoll, Bitch Aua Ach, die Symmetra-Turrets waren das Da sind Turrets irgendwo da drin, die killen hier gerade rein, weil sie unser ganzes Team Was ist denn hier los? Ah, dich auch Toll Da sind wir ja schon mal fünf Da sind wir dabei Da sind wir dabei Was willst du denn jetzt hier überhaupt? Weck mich doch nochmal an Die war Polonium 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 ist ungesund Du bist auch ungesund Seit wann ist denn Lauch ungesund? Da sagt er jetzt nichts mehr Leg dich in die Badewand, ich hab Lust auf Lauchsuppe Okay, dann, ich mein, salzig genug bin ich ja schon Können Lauchsuppe eigentlich auch noch Fleisch rein? Lese, wir sind an mir dran Wissen, was ist an mir dran? Wir sind nur auf dem Punkt Keine Bye Keine Keiner. Wir haben Izzy und Azzy im Gegnerteam. Das ist auch interessant. Tschüss. Alex Exodus, den Namen hätte man können zusammenfassen zu Alex Exodus. Der Anime-Boy. Ah, Turrets. Der Ult-Instinct. Ein Reaper. Tipping. Gesundheit an meinen Vater. Der hat gerade gut genossen. Ah, shit. Shit. Wow, ich wollte mal wieder von einer Diva in ihrer Milch-Einsteiger-Animation getötet. Jetzt guckt der Alex Exodus, guckt jetzt zu. Ist ja fantastisch. Hey, check it. Nerf this. Nerf this. Ha! Oh. Ja, ist immer drauf auf der Hühner. Auf der Hühner. Sweet. Ich laufe einfach fast die- fast die- fast hier durch die scheiß- die scheiß Kante runter. Ah, ne, das war ein Lucio. I see, I see. Wenn Benedict über die Kante rannte. Als Benedict über die Kante rannte. Die bekannte Kante, über die er rannte, war eben eigentlich so- war eigentlich eine solche Kante, die ihm bekannt war. Die war ihm so bekannt, dass er nicht mehr die bekannte Kante kante. Doch, Cringe geht immer. Bin auch auf dem Punkt. Oh. Aber nicht lange wahrscheinlich. Ja, auch nicht. Aber. Genau. Oh Leute. Genau, erst mal versuchen zu razen. Leute. Nice. Nice scheiße. Nice scheiße. Nice scheiße. Nice scheiße. Nice scheiße. Nice scheiße. Hey. Ui, komm. Da ging es schön zur Sache. An den Janermann, wenn er noch da ist. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schon so weit? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? Und wenn ja, warum dann? Wie wäre das so ein... Einer meiner versteckten Lieblingssprüche ist ja, so ein wie, es muss, egal wie, Hauptsache das. Ich sollte mal enddorsen. Warum nicht outdorsen? 70% hat er. Na, sowas. Dann spielen wir noch eine Runde. Wie weit ist denn der Zerebro? Ich würde sagen... 15% 15% hat er jetzt. Yep. Ich wechsle mal den Skin auf. Was nehmen wir? Nehmen wir mal... Wehfräser. Ne! Die Biene. Ich bin die Biene-Diva. Und diese Biene, die ich meinte, nennt sich Diva. Ich könnte jetzt... Pass auf, ich könnte jetzt was sagen, aber das würde ich jetzt mal aus Jugendschutzgründen rauslassen. Wobei, der Stream ist doch sowieso ab 18. Ja. Also, schön auf Jugendschutz pfeifen. Ich bin die Biene, die bestäubt werden möchte. Es ist sehr schwer dabei ernst zu bleiben, ja. Ist richtig. Die Biene-Diva. Extrem. Oh, da geht's ja schon richtig zur Sache hier. Das ist ja... Fantastisch. Ein Hamster. Hallo Hamster. Ich will kuscheln. Lauf du nicht weg. Hallo. Und diese Binde, die ich meine... Hamster. Ja, okay, schau auf. Oh, unsere May. Was soll denn der Käse? Habe ich gern gemacht, Bending. Ach, Gesicht. Ich wollte mich schützen. Dann frier dich verdammt nochmal ein und setz da keine scheiß Wand durch dich nicht. Wollte nicht grad in dem Moment nicht mehr einführen, aber... Faule Ausreden. Nee. Keine Faule. Also Tobi, die Ausreden stinken ja schlimmer als eine Güllegrube. Nichts stinkt schlimmer als Cerebros Füße. Was? Was? Keine Ahnung. Just... Nur so ein Satz. Du könntest jetzt da auch... Auch jeden... Jedes... Nee, nicht jedes beliebige Körperteil einfügen, aber jeden beliebigen Namen. Wir bleiben einfach bei Füßen. So. Weichel. Was? Fetis. Ah, nee. Wie war das? Fetis. 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 Ich glaub ich... Ich finde es sehr schade, dass wir dich dieses Jahr nicht sehen. Das ist richtig. Mein Vater übrigens auch. Ja, es ist echt beschissen, aber ich habe keinen Urlaub mehr gekriegt. Ein Problematisch ist, ich muss es eben... Ja, wann war das? Ja, ich sollte bis spätestens Ende Februar, sollte ich wissen, wann ich einen Sommerurlaub habe. Verstehe. Das sei das einmal Ding, weil es ja nur das Wochenende war. Also, ich meine... Du könntest ja... Basically ja auch wieder nur das Wochenende vorbeikommen. Wir sind ja... Sieben Tage am Start. Ja, ja, das... Das ist schon... Das ist schon klar, aber... Wie hab schon gesagt, das ist so eine rechte Strecke, die mach ich... Macht mir mir sehr... Mehr sind mir mehr Tage. Nicht... Äh... Einfach nur... Ja. Dann komm... Bomm! Nice! Gitteschön, Ben Dick! Dankeschön! Los! Hier haben wir erst alle eingebrochen. Ja klar, ne, so eine weitere Strecke, nur für so ein Fahrzeug. Die Hüfte. Ja klar, das macht... Das macht dann keinen Sinn. Das verstehe ich dann auch. Ich meine, der... Besten so elektrische Autos... Äh... Der... Der... Der Mortis ist sich... Der Mortis ist sich auch noch nicht sicher... Ob er jetzt kommt oder nicht. Das Lutter kommt glaube ich nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, es geht schon los. Na, also... Tschüss. Ne, 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 hier wird nicht gerestet. Ich glaube, es hackt. Ein bisschen auf diese Seite. Ja, ich glaube, es hackt. Aua! In dieser Dienerdehn, ich meine... Ja, ne, also ich sage es mal so... Ich sage es mal so, wenn man mir bis... Sagen wir mal, bis Ende Jänner bereit zu sagen kann, wann, wie, wo... Dann kann ich auch früh genug abklären, ob es mit dem Dienstplan hinhaut. Das haben wir quasi schon da gesagt, aber okay. Hm. Wahrscheinlich auch die Dienerdehnung verlesen. Du kannst dir immer so denken, in der Woche, der ich Geburtstag habe. Und ich sage es mal so, das ist aber halt... Doch, nächstes... Für nächstes Jahr wird es... Wird es auf jeden Fall gehen, weil... Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch definitiv keine Berufsschule mehr. Können wir vielleicht an der Fracht bleiben? Das wäre sein... Das ist eine Mine und ich möchte nicht an der Fracht bleiben. Hä, du bist doch Mine-Kraft Spieler, du kannst dich doch damit aus. Aua! Mine-Kraft die gleich aus ins Gesicht. Wir sind da vorne. Warum habe ich nur irgendwie so das doofe Gefühl? Dass es nächstes Jahr auch in der zweiten vollen Juli-Woche ist. Komisch, wie kommst du da bloß drauf? Weil Tobi nicht zufrieden ist. 10. bis 16. statt 11. bis 17. Nehm ich mal schwer an. Ich hätte eine Old-Ready. Ah, für keine Linksfälle nicht. Oh, das nicht. Oh, ne! Aua! Hat sich gekostet. Ne, ich lebe noch. Oh. Äh, jawoll! Wir haben den Checkpoint. Und jetzt bin ich tot. Nächstes Jahr wird nur bei mir nicht gehen. Da hat Stefan keine Zeit, schreibt er. Wow. So was. Da ist er wahrscheinlich nicht da. Naja. Stefan, was hast du da so Wichtiges vor? Pass auf. Wenn Stefan wegfährt, dann fahren wir einfach zu Stefan und machen den ganzen Scheiß dann da. Genau. Machen die ganze... Alter, Leute im... Das ist das aller... Das seh das geilste. Leute im Urlaub stalken. Die liegen alle mit Stefan im Urlaub nach. Hallo, Bob. Hallo, Bob. Hallo, Bob. Kennt ihr Bob mal aus, ne? Hallo, Bob. Hallo, Bob. Hm. Das war... Crunchy. Werde keinen Urlaub bekommen, weil da mein Kollege Urlaub nimmt, weil der auch da Geburtstag hat. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Vielleicht ist dein Kollege ja nächst... Vielleicht arbeitet dein Kollege da ja nächstes Jahr nicht mehr. Genau. Dann kriegst du vielleicht doch Urlaub. Oh Gott. Nein, das ist böse. Ja. Wie ich deshalb bis dahin vom Stapler gefahren habe, was? Stefan, du hast es in der Hand. Du hast den Stapler... Du hast den Stapler in der Hand, ja was? Ne. Den Gabelinski. Gabelobus, Staplerobus. Gabelobus, Staplerobus. Gabelstapler. Gabelstapler, genau. Gabelstapler. Gabelstapler, genau. Ich habe das Varian-Video gesehen. Ich nicht, aber ich finde es trotzdem ließ. Hallo, Hamster. Schafel, Schafel. Ich habe keine Raketen. Was soll denn der Käse? Gabelstapler. Da sind sie. Jawoll. Passt ja, wenn wir alle zu Stefan gehen, da brauchen wir ja keinen Urlaub nehmen. Stimmt. Na gut, wenn er spätig hat, ist das halt auch doof. Ich beschäftige mich schon alleine bei Stefan. Wir helfen ihm auf der Arbeit, ist auch viel schwer fertig. Oh, ich würde gerne mal Gabelstapler fahren nochmal. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich will nicht sagen, ich kann es nicht. Sondern ich würde von mir jetzt aus dem Stehgreif behaupten, ich kann Gabelstapler fahren. Gabelstapler. Gabelstapler. Ähm, nur mal so eine doofe Frage. Zählt ein Trecker mit einer Palettengabel auch als Stapler fahren? Mhm. Müssten wir jetzt in der Definition eines Flurförderfahrzeugs nochmal nachgucken. Aber basically, du fährst auf der Erde, hast eine Gabel und hebst Paletten. Also rein von den grundlegenden Eigenschaften her ist das schon sehr Gabelstaplerisch. Eigentlich schon. Das funktioniert nur ein kleines bisschen. Nur der Trecker läuft halt ein bisschen schneller als so eine Elektroameise. Läuft nur ein bisschen schneller als so eine Elektroameise. Ah, wenn du nimmst einen schönen Geländestapler mit Diesel und der fährt dann auch seine 40 kmh. Irgendwie. Stimmt. Schon. Ne, ne, falsch. Dass es ein richtiger Stapler ist, dann müsste ich die Gabel vorne hin tun, wo jetzt die große Frontschaufel dran ist. Dann wäre es wirklich ein Gabelstapler. Können wir das jetzt bitte? Bin dabei. Entspann dich. Ne. Eben nicht. Mit Autos wird dies hier halt ein bisschen klapp, ne? Das ist halt in der Tat richtig. Ja, auf meine Frage hat er nicht geantwortet, ob er sein Schüsselchen hat. Ähm. Doch, hat er. Hat er das? Ja. Habe ich nicht gelesen? Habe ich überlesen? Habe ich überlesen? Habe ich überlesen? Habe ich überlesen? Habe ich... Habe ich bestimmt. Ist so geplant. Ah ja. Na sowas. Dann wird es ja reichen. Weil du weißt ja, in meinem Auto können ja jetzt vier Leute dann mitfahren. Und nicht nur einer. Ja. 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 Er reicht mit Stefan, mir, meiner Freundin und Erich. Okay, wir haben ja noch Jan. Stimmt. Ja, der kommt aber halt nur Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, das müsste reichen für Star Park Center. Ja. Was? Achso, das war die Corporation hier. Weil für Grill Sachen können wir ja auch für 2 oder so losfahren. Ja. Im Smart. Ja. Schön alle festgefroren. Dir wird aber die Unterstützung nur für einen einzigen angerechnet. Ja. Super geil. Super geil. Schottcaller. 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 Und, komm, wem geb ich das? Ich geb's dem Hanzo. Äh, Level auf die. Ich noch nicht ganz. Na, wie ist der Zwischenstand bei euch? Also sowohl bei Jan als auch bei Cerebro. 23%. Das beste Internet vom Besten. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Cerebro eigentlich gutes und schnelles Internet hatte. Hm. Zur Zeit lad ich nur mit 1,5 MB die Sekunde runter. Hilfst du grad mal irgendwo was anderes runter? Das Spiel wird gestartet und ausprobiert. Jan, du hast dieses Spiel schon mal gespielt. Stell dich nicht so an, wir haben das zusammen schon gespielt. Ich find's halt viel interessanter, dass du es halt nochmal runterladen musstest, weil wenn du deinen PC nicht neu gemacht hast in der Zeit, müsstest du es noch auf deiner Platte haben. Aber ja. Vielleicht wenn es irgendwie 5 Euro kostet oder was, dann schenke ich es ihm einfach. Oder nee. Jetzt kommt ja eh bald der Overwatch sein. Ja, nee. Dann können wir da auch noch warten. Nee, er braucht doch, also wenn er doch hier bis zum so und sovielten Overwatch 1 besitzt, kriegt er das 2 ja doch kostenfrei. Also die ganzen Sachen, die drin sind, auch kostenfrei. So oder so kostenfrei. Egal. Jan, schwing deinen Hintern hierher. Janemann started playing Overwatch. So. Schwing deinen Hintern hierher, Jan. So. Einen wunderschönen guten Abend. Oh mein Gott, er ist da. Ach du Schande. Was denn? Stell die Gummibäume auf. Moin. Moin. Stell die Gummibäume auf. Warte, wie alt bist du jetzt mittlerweile? 17. Wie lang noch? Bis zum 12. Januar 2023. Okay, Tobi, dann heißt es, stell die Gummibäume auf. Dann darf der Typ nämlich Auto fahren. Alleine. Ich hab bis jetzt noch keinen Unfall gebaut. Ja. Ja, das ist auch besser so. Ich geb dir mal so einen ganz heißen Tipp als relativ, also als verhältnismäßig schon langer Autofahrer. Unfälle bauen, also andersrum, keine Unfälle zu haben, ist generell gut. Behalt dir das bei. Das ist immer hilfreich. Keine Unfälle zu haben. Jan, ich geb dir auch noch einen Tipp. Fahr nicht so wie Benedikt. Was soll das denn jetzt heißen? Ich wollte auch grad sagen, ich bin einmal mit Benedikt gefahren und ich bin lebend angekommen. Ich erinnere dich an den, äh, Fahrradfahrer. So. Welchen von den vielen, die ich schon überfahren habe. Genau. Und das wunderschöne Überholmann. Ah, mit der Verkehrsinsel. Ja, das war. Ja. Oh, oh, oh. Screenshot. Ja. Da ist jemand im Global Chat, den wir reporten. Ah. Abusive Chat. Ist das toll. Äh, Hurensohn. Ähm. Hab deine Mutter im Handstand gefickt. Aha. Da macht das Spiel schon wieder aus. Gibt's da Video-Operation? Ja, ja. Ich wollte eigentlich nur aus dem Match raus. Wow. Wow, ja. Das funktioniert nicht. Ich geb dir noch einen heißen Tipp. Als langjähriger Overwatch-Spieler, da gibt's so einen Knopf. Da steht zwar Exit-Game. Das ist aber der falsche. Das ist wie, als wenn du halt der vier durchst. Hab ich grad gemerkt. Das ist Exit-Game halt, ne? Ich geb dir auch einen Tipp. Immer ne Schaufel dabei haben. Falls du dich mal festfährst, dass du dich ausgraben kannst. Oder damit du angefahrene Radfahrer totschlagen kannst. Mit der Schaufel. Oder halt auch Tiere. Also hab ich das mal gewesen. Nee, nee, nee. Da ist es einfach. Du legst nochmal einen Rückwärtsgang ein und nochmal einen Vorwärtsgang. Dann ist es sicher erledigt. Ja, aber das kostet... Das kostet aber Kraftstoff. So, ne Schaufel kostet keinen Kraftstoff. Ich dachte eher vergraben. Ja, vergraben. Achso, vergraben. Ja, dass mein Radfahrer dann vergraben... Ah, ja. Nee, du musst dich mit dem Auto zuerst festfahren. Dann musst du das rausgraben. Und in das Loch kannst du dann die angefahrene Person vergraben. So. Ich brauch der Fahrradfahrer nicht mehr kümmern. Kommt nämlich aufs Tempo an, auf dem du zufährst. Äh, weißt. Wie weit er fliegt. Ich sag's mal so, mein Auto sieht im Moment aus, als hätte ich diverse Leute überfahren. Dabei habe ich nur unter einem Kirschbaum geparkt heute Nacht. Und ich dachte ja auch, die liegen da ja nur drauf. Nein, die Scheißdinge, die kleben einfach fest. Und fliegen selbst bei 100 kmh nicht vom Dach runter. Und ich denke mir so, ich könnte eigentlich innerlich deswegen komplett ausrasten. Weil, ähm, ja. Da, er legt ja noch nach. Er möchte noch mehr reportet werden. Da hat er sich unter einen Mast gelegt. Äh, wie komm ich zu euch rein? Wir laden dich ein. Oder Benek lädt dich ein. Ja, ich hab gesehen, ich bin mit Tobi nicht befreundet. Was? Ja, ich erinnere mich auch nicht, dass ich mit Jammer gespielt hätte. Okay, ja doch, das kann sein. New Carrier Profile. Was hat er denn bisher so geleistet? Siehst du, ich sag doch hier. Zehn Minuten Quickplay hat er gespielt. Neun Minuten, äh, Arcade. Wie kommt er insgesamt... Moment, wie kommt er denn insgesamt auf zwei Stunden? Hä? Äh, ich hab euch... Wir haben, glaub ich mal, sogar in dem Stream, glaub ich mal, zusammen gespielt oder so. Ja, 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 ja. Muss ich jetzt einfach nur spielen. Ne, pass auf. Du bist jetzt in unserer Gruppe. Ich steuer jetzt alles. Mach einfach da... Mach einfach das, was du gelernt hast früher. Kannst du es noch? Ich probiere es. Dann, let's go. Er hat zwei Helden gespielt. Er hat eine Stunde Widowmaker gespielt. Wie kann Jan dann... Okay. Level 10 ist er. Gut. Was... Was hast du gerade wieder kritisiert? Nein, dass er erst Level 10 ist. Doch. Wow. Er hat eine Stunde Widowmaker gespielt und eine halbe Stunde Diva. Das war's. Sind wir Attack, 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 Attack? Bitte Attack, bitte Attack. Jaa, Attack. Jaa, Attack. Ich mach Bastion. Ist das Diva Maker? Ich mach Diva. Nee, mach hier irgendwie. Weiß ich nicht. Urisa und... Jan, mach du Torbjörn. Wer sind das? Der Zwerg. Der Zwerg. Wo ist der? Der... Warte... Wo ist er? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Zähne von rechts. Da, wo Torbjörn drüber steht. Ah ja, da. Fortfahrt. So, und wir versuchen so schnell wie es geht auf die Fracht raufzukommen. Wie sieht denn das Gegner-Team aus? Absolut faires Match würde ich sagen. Ha. Genau. You're dead. Sucker. Daske. Auf die Brache, auf die Brache, auf der Brache, auf gar nicht, auf der Brache... Na, da muss doch cleared auf die Brache. Je steh' recht ist ein reaper tot das ging auch schnell schild ist dann scheiße ich habe gold und heilung das geschützding was du mit schiff platziert das muss auf die fracht ja das hat er jetzt auch rausgefunden ja ich habe jemanden getötet dann mach weiter hinter uns hinter uns da oben ist die die esch hofer 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 ja stor hat gehabt ob er nicht sofort ist ebenomez größte expansive darauf eierder ist ne ich weiß nicht ich frag bitte weiter fahren ist bei der torte hinter uns reaper weiter uns weiter und riefer immer noch ich sehe nicht wieder tot das schlecht aber ich habe aber ich habe gemerkt ich kann mehrere von diesen dinge daran platzieren nein wenn du das andere wenn du das nächste aufsteht geht es kaputt ich habe wirklich vergessen dass das 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 overwatch ein jan novice ist ja das ist das was ich sagen wollte nein ich wollte es andersrum sagen dass jan ein overwatch novice ist und zwar ein richtiger welcher ein herr edis der hätte das hätte das jetzt verstanden was macht dieser pop da dich an die war was macht ein geschütz eigentlich hier hinten im spawn du kannst mal neues aufstehen auf den wagen ja auf den wagen müssen und auf den goldhaufen ja ich habe jetzt mal eine andere frau was ist aber was müssen wir eigentlich machen einfach diese scheiß wagen bis zum ziel bis zum ziel begleiten schieb und die schieb den wahl schieb den wahl zurück und die anderen können die zurückschieben oder ja ja das ist doof das ist doch dieses kommentare ich finde es geil macht weiter macht bitte so weiter ich werde dich also nur getötet das ist das ziel dieses spiel die anderen leute sind so gemein zu mir die ich war mich die ganze zeit tot glaub doch mal in den chat bitte nicht töten bitte nicht töten wir seid so unfreundlich reaper stirb jetzt bitte verdammte scheiße danke rotz hier ich will mal die barfu ich auch bin da da oben ist irgendwie da hinten ist genji warte wende wo kommt hier warte 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 ich bin jetzt gleich warte 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 das ist jetzt du bist doch wohl sein fest reicht das noch? NEEIN! Ficken! Warte 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 wir sind alle drei wenigstens tot ist das nicht herrlich? nein ist es nicht das ja genau doch ist es das ist nicht herrlich oh ja ja ok das nicht als teil des satzes sind und nicht als inversion der aussage geschickt da unten leuchtet so ein ding was ich mit kuh aktivieren kann was ist denn das? das ist deine ultimative fähigkeit ficken da schießt du lava ah wenn du jetzt nicht tot wärst da spritzt er ab äh ja deine ladung dem gegner ins gesicht ah das problem ist es ist eine tla gaming show und ich musste ja komplett auf youtube dann packt dann zahlt das ist ja gar keine chance ficken ich glaube ich muss hier mal intervenieren intersovinieren nicht mal jetzt hier lieber so mir reicht das jetzt hab ich jetzt alle gar getriggert hier ist ne wand ja das ist das ist so das ist so das ist so tschüss ach da ist auch einer hallo ob was geht wo ist der dazugehörige schütze da ist der wippa tschüss jawoll bitch mhm nice mhm 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 tschüss z mhm tschüss 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 Vonvis Mhm s einen in Oh, hoppla Ups UPS Na, ganz toll Dieser Genji, alter Aber dafür ist unser Reaper wenigstens halbwegs gut Und macht Dinge Es ist nicht mehr so weit, das kriegen wir doch noch wohl hin Sind wir bald da, sind wir bald da, sind wir bald da Ich bin gerade beschäftigt, ja jetzt Fünf bald da Nein Geht auf die Scheiß vor Ah, Bitch Äh Fuck Komm her, du blödes Stück Dreck Ja, komm, 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 komm Ja Jetzt haben wir nochmal zwei Minuten Wie kann der mich denn getötet haben? Wer? Der wohl euch auch getötet hat Ich weiß nicht Der mal sein Ulti benutzt hat Ich weiß nicht Der mal sein Ulti benutzt hat Boah Ich werde jetzt hier gleich mal ulten, alter, es kann ja so nicht weitergehen Auch wenn das bei zwei Snipern absolut nix bringen wird, aber Versuch ist es ja wert Ah ne, die Skur hat ihn irgendwie getötet Ja Hm, das war knapp Der Penner, alter Tschüss Schwanz Ah, da ist es, Busse, Busse, da Komm her Ach, dich mach ich auch noch platt Der deckt mich am Arsch Shit, 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 shit Ja, na Jan, holt er erstmal davon Ja Ja, das wusste ich nicht Jawoll, ich hab dich Wo sind die Leute? Ich brauch Ult Charge Sonst krieg ich mein Mech nicht zurück Weg Komm schon Komm schon Wir haben's Wir haben's Ohne dass ich Ulten musste Tolle Sache Das ist schon anstrengend So ist es ja nicht Schon traurig, dass uns ein Level 2 Spieler gecarried hat Nur weil der das Highlight hat, heißt das nicht, dass der gecarried hat Welcher Name steht da in der blauen Karte? Viel Fortschrittszeit Ah, schön Ja, Level 84 Lootbox Ach, Gottes Willen Cerebro, wie sieht's aus? 36% 2000 Jahre später Sagt er der Frau gemeint hat Er schläft bald ein Das macht er wahrscheinlich auch gleich Wenn er erstmal doch O-Wut runterladen muss Er könnte ja währenddessen schlafen Und dann wieder aufwachen Wenn's fertig runtergeladen hat Dann hat er ein paar Ein paar gute Powernaps gemacht Ist dann aber wahrscheinlich für morgen Komplett kaputt Apropos Ich wollte meinen Bäcker umstellen für morgen Ich muss aber schon sagen Es hat Spaß gemacht Was hier für wie hat Spaß gemacht? Wir machen hier noch weiter Ja, ja Die Runde hat Spaß gemacht Ach so Ja Ja War War funny Probier dich ein bisschen auch durch die Helden Ich rate dir auch Ist dann da Wie lange das Spiel jetzt kostenlos spielbar sein wird? Nee Ich hab sogar einen getötet in der Runde Das ist cool Es gibt Leute, die kriegen das nicht hin Ein ganzes Match lang niemanden zu töten Diese Leute kann man Mit Fug und Recht als Trash bezeichnen Auch mir passiert das manchmal Dass ich dann keinen Kill hinkriege in dieser Runde Das ist dann Das ist dann halt so Muss ich noch irgendwie was bestätigen oder warten? Ach so Wir warten Wir warten alle Wenn du etwas hättest müssen tun Hätte ich dir das auf jeden Fall gesagt Machen wir das nochmal Das hat eigentlich gerade ganz gut funktioniert Oh Was ist sie für einer? Da nimmt er den Genji Der andere Wenn unser einer Hanzo nimmt Nimmt der andere den Genji Ja Darin weißt du Bescheid Los! Ich glaube Overwatch ist dauerhaft. Warte es, wenn ich auf Overwatch gehe und auf Overwatch ist beieinander. Das ist schlecht. Haben wir den auch? Nein. Aua. Ja, es ist einfach ein 5er Team. Ja, ist klar. Ein 5er Team gegen 2 3er Teams. Eigentlich, also wenn wir das verlieren, dann können wir uns alle gar vergraben gehen, weil 2, also auf unserer Seite stehen 9 Sterne. Das sind 900 Level. Auf der anderen Seite stehen 100, 100, 300, 200, nicht mehr 250 Level vom ganzen Team. Und 2 Leute von uns haben schon 900 Level an Skill zusammen. Wenn wir das verlieren, können wir uns echt verabschieden. Das Problem ist, die spielen wirklich mit den nervigsten Helden alle gar zusammen. Voll ätzend. Vor allem dieser scheiß Reinhardt, Alter. Der ist der höchste, der höchste Skillte von denen. Ähm, Jan, es gibt zum Snipern bessere Plätze als da den Durchgang, wie zum Beispiel, du kannst dich mit Shift, kannst du, ne? Ja, ich. Du hast eine Stunde, du hast eine Stunde Widowmaker gespielt. Wieso, wieso muss ich dir das eigentlich erzählen? Ja, ich weiß erst noch mal mit wem ich damals gespielt habe, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, wen habe ich denn da gespielt? Ja, du hast Widowmaker gespielt. Das hat mir dein Karriereprofil gerade eben verraten. Ich habe gestalkt. Ich bin in der Falle. Das ist schlecht. Aua! Was ist denn hier los? Wo ist eigentlich dieser Wagen? Es gibt hier keinen Wagen. Wir müssen den Punkt einnehmen. Es gibt nicht überall einen Wagen. Es gibt ein paar verschiedene Modi. Es gibt äh, Capture the Point, Capture the Point. Das ist das, was wir hier jetzt versuchen. Nee, Quatsch. Ziel ist es Capture the Point, dann auf drei Runden. Dann gibt es Capture the Point, Capture the Point. Dann gibt es, äh, Escort the Payload. Und dann gibt es Capture the Point, Escort the Payload. Hast du das vergessen? Nö, das waren alle. Was ich auch interessant finde, wäre Escort the Payload und Capture the Point. Also quasi, dass du das Ziel, also du musst den Wagen zum Ziel fahren und musst dann das Ziel erst freikämpfen, bevor du den Wagen reinfahren kannst. Und während du das Ziel freikämpfst, fährt der Wagen natürlich wieder zurück. Wilder Modus. Echt wild finde ich. Um, äh, nochmal grad auf den Satz von vorhin zurückzukommen. Wer es schafft, keine Kills zu machen, ist Trash. Ich hab bis jetzt noch keinen Kill. Ich auch nicht. Cool, wir sind Trash. Geile Sache, Alter. Ich hab so Bock. Unter gewissen Umständen kann man natürlich die gesamte Schuld natürlich auch auf das Gegnerteam schieben, wenn die Leute nämlich einfach nur die größten Spastis sind. Was hier echt zutrifft. Ach, was ist das denn hier? Wie viele Tanks haben die denn? Zwei. Wir haben auch zwei. Drei. Wir haben drei Tanks und kriegen es nicht hin, gegen die irgendwas zu reißen. Okay. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich hab'n Kill, Mann. Ich hab'n Kill, Mann. Ich hab'n Kill. Ich hab'n Kill. Ich hab' auch einen. Okay, ich bin nicht Trash. Nur kurz davor. Kann halt doch keine Zimeter aus dem Spawn rauslaufen und wird direkt dann wieder getötet. Ja, das ist die Kategorie Team, die sich richtig Arschloch verhält. Ich hasse solche Leute wirklich. Ich bin jetzt noch nicht weiter wieder vorn dieser Torbogen gekommen. Die sollte man, äh, die sollte man alle gar... Ne, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht sagen. ... Jawoll. Ah. Ich war kurz davor auf den Tisch zu schlagen, aber es bringt ja nichts. Und an dieser Stelle Silber und 2 Gold Wir sammeln uns ganz kurz Und spielen jetzt gleich ganz kurz einen anderen Modus So eine Runde spiel ich noch mit Alter Ich habe einen Legendary Diva Skin in einer Lootbox Den ich noch nicht hatte Oh mein Gott Dass ich das mal erleben darf Das ist unfassbar Jetzt mal der Scavenger Skin Erstmal ausrüsten So und zwar wir spielen jetzt Capture Deflect Blitz Nein, tun wir nicht Warum nicht? Nein, tun wir nicht Ach, dann halt nicht Dann spielen wir No Limits Noch schlimmer? Alter Jetzt bin ich heute umsackt Ich bin die Ruhe in mir selbst Ich ruhe ganz tiefenentspannt Obwohl ich innerlich explodieren könnte Die hören mich gerade nicht Es sei denn sie schauen den Stream Wenn ihr den Stream hört Rrrrrrrr Ich bin die idee Oder wir sein die fortune Warum bin ich alleine? Du bist nicht alleine, wir sind alle hier. Ich bin gerade im Wartebereich im Deathmatch drin. Schau. Ich bin irgendwo drin. Wir sind in dem Wartebereich drin, Jan. Danke. Da hebt man dir und dann wird man getötet. Oh, ich hab jemanden getötet. Nein. Ins Gesicht. In your face, bitch. Die ganze Ladung. Mir fällt gerade auf, das ist eigentlich die einzige Variante, wie wir tatsächlich mal effektiv ohne großartigen Aufwand mal... Wieso hab ich gerade Steam-Nachricht bekommen? Genau, wir sollten zu dritt so ein Match machen. ein bisschen. Äh. Äh. Äh, Scheiße. Ich bin runtergefallen. Im Keller. Ich bin jetzt im Keller. Ey! Hö, Hö, Hö. Hö, 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 Hö. Ja, da kommt der Autismus wieder raus. Was ist das denn jetzt? Wer sind jetzt die Echo, Alter? Welcher Penner? Was? Welcher Sack ist denn das? Wer ist denn hier Echo? Sag mal, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir für ein Match zu finden so lange brauchen? Oh, wait, weil die Level-Differenz so riesig groß ist. Dann liegt es auf Platz 2. Uh. Ja, jetzt sind sie alle hinter mir her. Ich glaube, es hackt. Moment, da muss ich mal ganz kurz intervenieren. Gab es schon 2 Kills? Ich habe schon 7. Warum siehst du jetzt anders aus? Hm, weil ich den Charakter gewerksammelt habe. Das kannst du auch. Du bist einfach nur, wenn du tot bist, musst du H drücken. Havi, Hilfe. Ja, das ist... Oh, das ist vielleicht auch interessant. Bending das olle Farming Material, Kappa. Hä? Farming Material? You are a material girl. Oh, God. Living in a material world. Ich habe gerade voll an Tobi vorbeigeschossen. Geil. Auf dem Video schon. Auf dem Video schon. Ah. Hey, ich habe gerade. Oh, super! nek dir wie wär das wer gewinnt beim deathmatch eigentlich wer als erstes glaub ich 30 Punkte hat 30 ah du warst das? ich dachte ich mir schon fast ich glaube wir finden kein match heute können wir nicht einfach free for all spielen in diesem Modus? das können wir nicht als Gruppe spielen das ist ja das ist ja der Punkt den Modus nicht einstellen? ne also oder soll ich ein custom match machen und wir spielen das jetzt die ganze zeit also 2 auf 1 ist doch auch Spaß ich könnte ein bisschen trainieren mit Kian diese Kaya Dingsbums hat mich jetzt schon glaube ich das zwanzigste Mal getötet haha er ist in meine Bomben reingelaufen er hat erst 2 erst 8 Kills aber gut so wie weißt du hier in der Spawn Room um zu verändern? ich glaube ich wechsle gleich wieder auf Roadhook das macht mehr Spass weil Leute gucken tötchen tötchen hat er auch nur noch 30 Leben egal egal zählt trotzdem egal ne eigentlich nicht aber gut möchten sie diesen Blumenstrauß kaufen Benek? was für ein Blumenstrauß den hier den hier den hier wo bist du denn überhaupt? hinter dir ah da ne das war der Jan der hinter mir ist wo seid ihr? wo seid ihr? ha Jan sieht uns Benek Jan sieht uns toll wir müssen Angst haben wieso der trifft doch eh nicht der Daniel ist abgebrochen der Daniel ist abgebrochen ah shit wie jetzt aber ich hab den anderen noch erledigt ja der hat dann nur noch einen Balken nehmen ja und trotzdem hab ich ihn erledigt naja bis nicht bis nicht bis nicht siehste das macht noch viel mehr Spass ich finds eigentlich schön tatsächlich ganz nice ich bin schon bei 8 Minuten crazy wie schnell machst du das denn immer? ich kann meine Blenkanade werden dann bist du gestunnt dann kann ich mein ganzes Blenkanade werden möglich auf sich erfolgt wo ist denn der startbereich wo ich meinen helden wenn du tot bist kannst du auf hart drücken ach so da steht du musst in einem startbereich ja 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 wenn du tot bist musst du hartrücken wenn du wieder gesponnt ist kannst keinen neuen auswählen lol was ist hier gerade passiert ich blicke nicht durch ich habe toby getötet warm ich habe zwei haben zwei und jetzt wieder 377 ist das nicht herrlich ich liebe es nicht herrlich ich liebe es kann sie bitte aufhören nö echo ist zwar nervig aber so geht es eigentlich mir geht der genji mehr auf den sack was muss denn in diesem scheiß match drin bleiben was sucht denn überhaupt für ein match wahrscheinlich werden wir mit dem in einem match zusammengeworfen weil er das gleiche sucht wie wir und nix findet ins gesicht was soll denn das pass auf ich 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 prophezeie wir werden mit dem in einem match geworfen wahrscheinlich was müsste der typ auch genji spielen ich trainiert habe wow ganz ehrlich das ist langweilig das ist jetzt wirklich langweilig was denn was haben wir denn noch oh er ist weg cool wir sind alleine okay wenn du zu lange wartest wirst du einfach so respawn interessant ich habe 600 leben jann das ist einiges alter der sven pass auf cancel search nee nee ja der sven jetzt im wahlraum mensch discord hier verkackter rotz noch eins einen wunderschönen guten abend lieber sven ich begrüße dich guten abend und es freut mich sehr es freut mich sehr wie stark ist dein alkoholpegel ähm warte ja ich kann ich kann ich kann ja sagen ich hatte acht bier ein mojito zwei gins sag doch einfach ja es geht und ich habe noch ein bier nee ich habe noch ein sixer also ein fünfer bier man hört es auf jeden fall egal ja das wird lustig ich freue mich sehr ja ja genau dankeschön machen wir jetzt free for all in einem extra bereich wenn nicht oh das wird das ist ja das was ich ja testen was ich ja mal testen wollte pass auf nee komm wir spielen wir spielen mit es wird eine normale runde ohne mir an so wir spielen eine eine spiel ich noch mit okay wenn wir sie spielen ja das sollte jetzt schneller gehen weil quickplay classic geht normalerweise schneller wie vorhin auch gesehen ich klicke von eben dauernd warten dann wenn wir was gefunden haben abbrechen ja ja was denn es war lustig es war lustig komm machen wir es nochmal ach Gott die map ist nur jetzt Zeitvertreib wie schnell ist Sven in 100 grad reingekommen wie ich reingekommen ich komme immer schnell rein ich will auch ich muss mich nie an ja war es ganz einfach ich kann aus dem spiel einfach rausklicken ohne dass irgendjemand mitkriegt nee Sven wollte gerade einen Sexgag bringen ja buuuu wir hatten verstanden dankeschön ich komme immer rein darum geht's achso was schießt da die so ein völlig übergewichtiger Hamster auf mich das finde ich nicht in Ordnung ich bin fett ich weiß na lass mich doch ach da sind zwei Hamster Hilfe ja der andere Hamster bin ich ach hallo oh jetzt hebt der ab Alter ich konnte ausflippen er hebt ab nicht hält mich am Boden genau du solltest halt auch gucken wo du hinläufst Jan ja ich hab mir das schon gedacht was ich lauf einfach nur vor ihm er läuft weiter rückwärts er läuft weiter rückwärts und irgendwann fällt er einfach runter ja ok Sven wenn ja doch die öb 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 wir brauchen aber nicht gewöhnen auch geöffnet von so so gut wie welchen also welche Ich hab zwei Softies, nehm zwei Dinger. Lach zwei Softies, nehm zwei Softies. Und dann die Hariboot, Topi Frutti. Die Topi Frutti. Die wo immer geil sind. Ich hab die, früher hab ich die gefeiert. Ne, Topi Frutti heißen sie. Hab ich die gefeiert, aber irgendwie sind wir dann immer zu eklig geworden, weil die so komisch schleimig sind. Die Topi Frutti. Schleimig geht, kommt drauf an, wie du es aufbewahrst. Wenn sie kalt gestanden haben, dann sind sie echt noch. Ne, ich mein so, zu lange in der Sonne. Ja, bitte. Gab's nicht früher mal so einen großen Typen mit so einem Schutzschild? Der nennt sich Reinhardt, den gibt's immer noch. Ja, wo ist denn der? Der ist, äh, ach so, kann ich jetzt gar nicht zeigen. Ziemlich weit links. Bei Tanks. Was für ein Tag ist das? Wasertank, ein Benzintank, ein Diesentank. Oh, 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 oh. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Ja, also, ich bin auf dem Weg. Guck mal, da ist dieser Kaya-Typ, der vorhin mit uns im Deathmatch war. Ich lach mich weg. Ja. Ich lach mich wirklich weg. Na, Seite. Oh, ich hab schöne, schöne Manschetten an den Armen. Das sieht sexy aus. Die war in Leder. Ah, wow. Hat doch was. Oben rechts ist irgendwas bei diesem Health-Ding. Keine Ahnung. Oh, oh, ich, 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 ich. Das war sehr, das war sehr, sehr egoistisch zu sagen, ehrlich, ich überlebe das. Ja, dann spiel doch, Heiler, du dämliche Widowmaker. Menschenskinder. Kannst du mein Schild durchschießen? Ja. Kann jeder. Also, das Team kann durchschießen, die Gegner nicht. Ah, ja, das wollte ich sagen, das Team auch geht. Weil ich hab mich gerade vor Sven gestellt und hab gedacht, also kann der jetzt nochmal. Sonst, sonst wär das Schild auch ziemlich unsinnig. Ah, ja. Ich muss, ich mach mal hier ein bisschen, ein bisschen Service wegen der Farah. Haben wir einen Heiler? Nein. Ich merk's. Deswegen beschwert sich die Widowmaker ja immer. Wir brauchen einen Heiler, wir brauchen einen Heiler, wir brauchen einen Heiler. Ich hab noch nie Heiler gespielt, aber wenn ich gleich sterbe, kann ich gerne mehr versuchen. Spiel einfach los, yo. Okay. Dann klärt sich die Sache alleine. Oder Soldier, dann stellt einfach deine Healpacks auf. Na, ja. Report vordern. Alter, der Tuch-DHB war jetzt auch da. Oh, okay. Wieso wird er reportet, Bär? Wieso? Wofür? Was wird er reporten, Alter? Wem? Macht, gut gemacht, Bärer. Warum hast du dich alle Chatten? Mit Enter. Was war das? Wieso ist der Tuch? Die Symmetra, die Symmetra. Die Symmetra auf dem Gegner-Team. nein das war dann eben das war schlecht wenn die unterstützung die auf den roller skates ist die auf den roller skates ja ja ich kümmere mich um nicht okay sie hat sich selber erschossen er hat die frau schon getan die ist level 3 digger idiot talk where you're terror ich versuche zu kommen wieso war niemand auf den punkt kann mir das jetzt immer jemand sagen ich bin ein paar mal erwähnt ja ja ich will ich weiß ich hätte es nicht bekommen der andere typen jetzt auch wieder wissend komplett retarded und er weiß angeblich auch alles besser nur gefreut wo mein Torwärter ist tot von oben 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 auf dem Tording das wird knapp hamster hamster wo ist hamster wo kann ich dir helfen er ist gerade vorbeigerollt gerade vorbeigerollt alles gut ich komme nochmal zurück schwarzes loch schwarzes loch das ist kein schwarzes loch hamster down ich mache mir hier die Turrets weg fuck Clara kann ich die plattrollen hm ne ne schade das ist ja ok kann sich niemanden plattrollen ja leute ich werde hier platt gemacht Jan wieso schreibst du chill Bro weil er die ganze Sachen reinschaut die mir nicht gefallen das kann er aber nicht lesen du musst mit Tab musst du umschalten bis die Schrift orange wird sonst kann er das nicht lesen achso hat er mir das geschrieben oder hat das dem Team geschrieben der hat es in den Team Chat geschrieben privat wäre äh wäre lila ähm Match Chat ist orange und ähm Team Chat ist äh blau äh Group Chat ist grün so privat lila äh Group grün Team Blau und Match Orange ok das ist gut zu wissen mit Tab kannst du die Channels durchwechseln wir sind hier an der Ecke drin wo ist die Pharah hin auch aua aua ja ok ja ok sou wieso hast du deine ulti im punkt gesetzt es tut mir leid okay so er ist neu hier zu homeowners dafür Aukars Zahl einzul Hofftor St wo Mike Sprool wo 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 gut und opulato koala erkam herr hat Rose Holen Lande Erfurt wir sind lieber so을упact auf mindfulness allerdings wenn es war sicher ist dass es ist mit Mitra. Tschüss, Mitra down. So, ich hätte theoretisch für ein Notfall Ulti. Hinter uns. Ja, okay, jetzt ist es schwer. Farrah down. Hamster down. Wer ist da? Lucio. Umwand. Wir haben's. Oh, Gottseidank. Schön. Oh, süß. Können wir auch bitte den... Ja. Genau. Ein Highlight, Alter. Ist klar. Trash. Ich geb'n's, wenn man upvote und äh... Dankeschön. Ich hab Tobi sein. Was mach ich da mit diesen Dingern? Kannst du vergeben an Leute? Was bringt denen das? Punkte und dir auch 50... Ep. Genau, Erfahrungspunkte. Ach so. Das hätte ich früher wissen müssen. Sollten. Na, alles gut. So. Wie war das? P. Recent Players. Mein eigenes Team. Der SMMS wurde. Report. Abusive Chat. Ähm. Ja. Einfach den Reporten. So. Aber den anderen auch. Report. Abusive Chat. Heute reporte ich nochmal viele Leute. Wahnsinn. So. Und dann den erstmal als Teammitglied meinen. Ah stimmt. Das kann man ja auch machen. Oh, Rialto. Bit Attack, Bit Attack, Bit Attack. Jaaaa. Jan ist immer noch dabei. Hallo Jan. Hallo. Ja. Wurde es jetzt einfach mit reingezogen. Ja. Hat jetzt keine andere Chance. Er muss jetzt. Ja, wir haben 20 nach. Eine geht noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Du solltest einen Charakter auswählen, Jan. Genau. So. Das ist, das ist meine Map. Wenn wir das verlieren, bin ich traurig. Einer geht noch. Jan, willst du auch schlafen gehen oder was? Was heißt die auch Sven? Sven schwächen zu schauen oder was? Keine Ahnung. Aber bitte? Ich stege ins Bett und gucke vielleicht noch einen Film. Keine Ahnung. Das ist doch okay. Film. Den erwachsenen Film, die darfst du auch gar nicht gucken, Jan. Ich meine. Orange YouTube guckt ja. Eigentlich Benedikt. Benedikt. Eigentlich wollte ich ja noch ins Silo. Aber. Ja, dachte. Deswegen habe ich. Ich dachte, du wärst dort gewesen. Deswegen habe ich gefragt nach deinem Alkoholpegel. Ne, ne. Ich war nur normal saufbrücken trinken. Ich war nur normal saufend, nicht exklusiv saufend. Ah. Verstehe. Genau. Ne, ein Silo wäre das jetzt. Oh ja. Da wäre das theoretisch jetzt weitergegangen. Alter. What the. Was soll das denn? Das ist ja voll unfair. Alter. Der Junkred ist ein dämlicher Wichser. Alter, mein Mich ist da und ich bin nicht mehr vor der Tür. Oh ja. Oh ja. Das sind Smurra. Das. Wir spielen schon wieder gegen die Arschlöcher. Jetzt ist der SB MMS so bad. Im Gegnerteam. Dieser Wichser. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Wir haben ihn als Teammitglied gemieden. Gegner kriegen wir immer noch. Das Problem ist, man kann ja niemanden als Gegner meiden. Das äh. Das haut ja leider nicht hin. Ja. Also hier kannst du einfach alle guten Spieler raushauen. Ach, dann müssen wir hier wieder am Wagen verteidigen. Yes. Und begleiten. Alter. Da oben auf einem Haus steht ihr oben einfach. Ja, Jan! Was denn? Hä? Ja, alles gut. Was ist denn? Was ist denn? Alles gut. Alles gut, Jan. What just happened? Was ist denn hier? Das war ja auch erstmal im Gegnerteam, oder? Was? Nochmal. Äh. Die Widow, die jetzt im Gegnerteam ist. Ist es noch eine Widow? Ja, die Widow, die jetzt im Gegnerteam ist, die war vorhin in unserem Team. Und die hat die Leute im Gegnerteam aufs Übelste beleidigt. Meine Ulti, macht die Heilti euch oder macht die anderen Schaden? Äh, deine Ulti gibt uns viel Schild. Für eine kurze Zeit. Okay. Äh, hinter euch ist die Widow und die Symmetra. Ja, und links ist äh... Die Symmetra und die Symmetra. Die Widowmaker und die Symmetra. Die Widowmaker und die Symmetra. Tschüss. Bob. Bob. Du weißt die? Nein, wir sind Bob. Wir sind Bob. Du weißt die? Wir sind Bob. Wir sind Bob. Ich hab' hier. So ein Diva on May wär ja auch mal toll. Oh wait, das kenn ich schon. Wussler. Da oben ist Bestchen. Bestchen mit Ult. Bestchen ohne Ult. Weil Bestchen tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab's überlebt. Habe ich das Ding neben waren? Ich glaub's nicht. Was denn? Angeschwitzt. Achso. Halleluja. Tschüss. Fuck. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Jo. Ich bin auch eingefroren. Ah, ich hab's nicht überlebt. Ja, weil halt eingefroren sein ist halt blöd. Ich bau den Benzern, der Sniper ist. Und wenn der Sniper ist. Und wenn der Sniper ist. Sorry. Ist am Essen. Na ja, tut mir leid. Ah, wieviel. Ahhh, macht die Ash bitte down. Die hat mir nicht mehr viel HP. Hm. Ich könnte euch auch eigentlich mal ulten, ne? Nicht nur, Alter. wie viele sind wie viele leute am punkt hier ist es gar keiner von euch hier okay doch also keine die sehen uns schon wieder ich bin meiner frau ich versuche zu kommen jetzt bin ich tot aber die facht hat den checkpoint überfahren von daher ist ja erst mal alles gut erst mal verzeiht falls ich heute unterbelichtet bin das fällt mir jetzt gar nicht auf ich habe meine lampe gar nicht an die werde ich gleich noch an das immer halt die klappe für den unterbelichtet stirbt verdammte mehr wieder mit panda ist unterbeleitet aber nee das wollte ich nicht das war wirklich was habe ich jetzt weg gemacht keine ahnung scheiße fach doch doch nicht zu können gründer und gründer Du willst mich messen? Versuch's, bitch! Hilfe! Hilfe! Das Problem ist, deren Sim versteht, hat Ahnung was er macht. Der Bestchen leider nicht so. Oh, shit. Aua. Ich brenne. Mein Endgegner ist gefühlt so diese Widomaker, ne? Ja, und da ist doch halt. So eine schöne, schöne Demütigung, die einfach mal schön hier... Betäubt, Hilfe auch. Scheiße. Das war die, das war die nicht zum Glück. Alter, das sind so Leute, bei denen könnte ich in den Bildschirm reinspringen und die erwürgen. So, wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, greif in den Bildschirm rein und nimm sie raus. Schokolade. Ja. Ach wer, der Schokolade. Ach, der Schokolade. Ach, der Schokolade. Was versuchst du, Junklet? Was versuchst du? Oh, da ist ein Bestchen auf der Fracht. Das ist, das ist eher schlecht. Wird schlecht. Alter, da sind jetzt gerade alle. Ich brauche mehr Ult Charge, Alter. Scheiße. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich bin, auch mein Gesch... Ich renne die einzige Falle, die da rumsteht. Die Junklet Falle, die Bärenfalle. Genau. Geht mir genauso. Immer. Jedes Mal. Und ich komme mir jedes Mal vor wie so ein Ochse. Weil ich mir immer wieder denke, erst was ich... Jetzt bin ich jetzt wieder Hanso. Ach echt? Spannend. Oh, Alter. Ich brauche... Wir hätten vielleicht... Wir hätten vielleicht... Wir hätten vielleicht echt mal einen Triller oder sowas haben. Du wirst, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn die ganze Zeit? Ja, ich bin halt... Immer wenn ich da bin, ist kein anderer da und dann sterbe ich mal direkt. Ich meine, ihr rennt auch gerade irgendwie von mir weg. Ja, das ist dann halt auch eher doof. Komm her. Du musst dann auf den gelben Kreis gestellt haben, das weißt du ja. Denke ich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Auf Heilung halt. Aber es sollte dafür jemand in meiner Nähe sein. Ja, ja, ja. Der McCree, den hat gerade sein eigenes Team mehr oder weniger ermordet, weil die May nämlich eine Wand so dermaßen dumm platziert hat. Hinter euch. Alter. Junkrat, Digga. Tschüss. Oh, wow. Wieder der eine Typo in unserem Typo. Was ist das? Der spielt jetzt Fanzo. Jetzt Fanzo. Und ich hätte eine Ult. Zwei Meter. Ich habe jetzt auch gleich Ult. Hat irgendwer von uns... Ich habe vier Goldmedaille. Das ist hochspannend. Ich muss jetzt ein geiles Play of the Game machen. Ich muss jetzt ein geiles Play of the Game machen. Ich muss jetzt ein geiles Play of the Game machen. Damit der Typ halt so richtig krass, so richtig krass gedemütigt wird. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Bewegt mal euren Arsch hierher. Jaaaa. Ich war gerade... Ich war gerade eben der Einzige, der das fand. Bob. Fixer. Sniper. Ach. Ficken. Ficken. Einfach nur ficken. Was macht unsere Widermaker? Was macht unsere Widermaker, Alter? Die steht da oben dumm rum. Wollt ihr kommen, oder? Die Ash ist low. Ja, gut. Das nächste Mal. Alter! Machen wir hier mal diesen Bestchen auf dieser scheiß Fracht kaputt, Alter. Um Hamster könnte das gehen. Da ist noch drei Sekunden. Geht jemand zur Fracht? Geht jemand zur Fracht? Geht jemand zur Fracht? Ja. Versuche da, ja. So. Ja. Ja. Ne. Von hinten. Von hinten. Der Pfeil-Typ. Ja, das ist immer noch der S... B... M... M... So. Bart. Whatever. Ha! Bitch! Bitch! Nice! Nice! Danke! Huica! Ha! Wir haben aber nicht verloren gegen diesen Penner! Ja! Jan ist im Highlight. Und Ben liegt auch. Ja! 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 Ich hätte vielleicht auch nicht verstanden. Das habe ich geboten. Das hat er wahrscheinlich gemacht. Das ist mir aber echt gesoken. Juuu. Juuu. Der, der spielt wie ein Hacker, alter. Looou. Also ich würde mich jetzt wirklich verabschieden? Ja, dann geh auch Okay Vielen Dank fürs Mitspielen Also nein, wir machen das offiziell Dude, you bought change D on N and Nick Be good Alles klar Er wird nochmal reported Okay Ich wünsche euch noch viel Spaß und schönen Abend Dankeschön Dir vielen Dank fürs Mitspielen Und wenn du das Spiel jetzt quasi behältst Also was ich hoffe, lass einfach auf deinem PC Wir werden auch öfter spielen Auch noch mit mehr Leuten Also jetzt werden wir langsam Weil der Punkt ist der, wir haben jetzt langsam so viele Leute Die neu, also neu dazukommen Dass es sich halt tendenziell auch lohnt Wieder öfter mal zu spielen Ja, das war tatsächlich eine spontane Entscheidung Ich habe gedacht, ey komm, ich gucke einfach mal Dann habe ich gesehen, das ist kostenlos Aber ich dachte, ja dann download ich es mir halt Ja, also, was kostenloses dann packt es dann mit rein Ähm, ja Gute Nachtle, Leute Gute Nacht, Tobi, auch dir vielen Dank fürs dabei gewesen zu sein Es hat mich, es hat mir sehr viel Freude gemacht Nacht Also, ja, also Dann, tschüss 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 Wow Das war ein schneller Abgang Ich mache gleich noch mein Licht an Jupp Ähm, so, be good Äh Das N-Wort Ja, reicht So, ich mache ganz kurz mein Licht an Jo Wie der Sven jetzt einfach das Spiel beendet hat Hatte keine Lust, keine Lust mehr mit mir weiter zu spielen Achso, ich, okay, ich dachte, zu zweis Ja, warum nicht Ich meine, jetzt die Repro wartet darauf, dass das Spiel runtergeladen hat Basically Achso Schon seit Er wartet seit Seit zwei 57% Seit zwei Stunden wartet er Also, ich sage es mal so, das wird heute wahrscheinlich Sind schon zwei Stunden Also, der Stream ist jetzt schon zwei Stunden, drei Minuten online Also, da Also, da war es halb neun Ähm Und du bist wahrscheinlich so seit Ja, seit Viertel vor neun Oder was Oh, da ist halt auch gut Geile Scheiße Aber jetzt, wo ich gerade alleine bin, kann ich auch mal gerade Ah, ne, die habe ich sowieso gespeichert Alles gut Ich, ich meine, ich meine, Sven, du musst nicht Also, wenn du nicht mehr willst, dann ist okay Dann höre ich jetzt hier auch auf an dieser Stelle Ne, ich habe tatsächlich nicht so das Bedürfnis dazu Das ist, das ist absolut okay Dann gebe ich ab auf den Home Screen Hört man gerade hier noch die, äh Highlights speichern So Also Nochmal, um das Ganze zusammenzufassen Ähm Heute Abend Haben wir nochmal wunderschön gesehen Wozu die unfähigen Köpfe mancher Leute fähig sind Da kommt zum Beispiel so ein Quatsch im Chat dabei raus Und das finde ich, äh, bemerkenswert Möchte ich mal sagen So viel reported wie heute Habe ich schon lange nicht mehr Ähm In den höher, unter den höher leveligen Spielern Hast du sowas irgendwie nicht Da fliegt vielleicht mal eine Beleidigung oder sowas Oder so ein, äh, keine Ahnung Ich reporte ja auch Leute, die schreiben GG Easy Und so weiter und so fort Ähm Nur Das, was heute nochmal geboten wurde Diese Shitshow Das ist schon außergewöhnlich Wirklich Und das finde ich Wirklich klasse Exit game Yes Ah Jetzt kann ich Ein Spieleinladung Jetzt verstehe ich den Witz an der Geschichte Also ich glaube WD40 aus der Dose Ist irgendwie nicht so ganz geil Vor allem Will aber haben Will probieren Vor allem, wie stellst du dir vor Wie das schmeckt Gut Gut Oh Loll Oh Loll Bitte Warte gleich Der Stream verliert aus Aus einem ganz bescheuerten Grund Gerade Frames Ich habe mich immer gefragt Warum werden eigentlich nach dem Spielen Von Overwatch oder sowas Ähm Warum Warum geht da der, ähm Der Upload auf einmal runter Und der Stream in OBS wird rot Ich kann es euch sagen Ich habe jetzt gerade zwei Highlight Videos erstellt Und dadurch, dass ich meine Dokumente Mit der OneDrive die ganze Zeit synchronisiere Und halt auch die ganzen Overwatch Dateien Teile der Dokumente sind Die mit OneDrive synchronisiert werden Hat er jetzt natürlich Nachdem ich das Spiel beendet habe Und er die Videos erstellt hat Die Videos mit der OneDrive synchronisiert Und in diesem Wow Und in diesem Moment Geht natürlich Geht natürlich der Upload verloren Weil er gerade versucht hat 160 MB Videomaterial hochzuladen Relativ schnell Und während er das tut Verschwindet halt der Upload für den Stream Ja, ja Ich habe mich immer gefragt So, wo betägt das zusammen Oder sowas Ich meine, das ist Ich habe keine Ahnung Steam Cloud synchronisieren Oder was Aber das Spiel ist ja nicht bei Steam Ähm Ja Interessant Wirklich interessant Möchte ich mal an dieser Stelle Äh Auch noch gesagt haben Anmerken 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 Das ist toll Das ist toll Ermerken Ermerken Sven, wie würdest du denn Die Mikrofonqualität Des Herrn Cerebro beurteilen Ich habe ihn nicht viel Reden hören Ehrlich gesagt Heute Wenn er vielleicht kurz Test Test, test 1, 2, 3 Machen wir Ja, hallo Erstmal Uh, schwierig Ich weiß ja nicht Ob sie es schon wussten Aber ein Duschvorhang Kann schimmeln Aber Muss aber nicht schimmeln Ich weiß ja nicht Ob sie es schon wussten Aber Wer war das nochmal? Also Es ist schön tief Aber Es ist sehr klar Ein Server im Hintergrund Oder so Aber Sehr klar Und es hat ihn gestockt Das kann aber mit der Verbindung Genau Du musst bedenken Er lädt gerade Overwatch runter Nebenher Ja, ja 20 GB Weil das der Download ist Und nicht der Upload Das findet die Internet Wahrscheinlich gerade noch schlimmer Es findet die Internetleitung Trotzdem nicht geil Nee Vor allem wenn es Vor allem wenn es Über UMTS LT geht Entschuldigung Ja Wenn ich über die Telefonleitung gehen würde Dann könnte ich nicht mal Discord gescheit öffnen Stimmt Da war ich Ich erinnere mich Ich erinnere mich zurück Da war ja was Fantastisch Fantastisch Elastisch Trotz Diss Ihhh Da ist Französisch in meiner Musik Das geht gar nicht Ach ja So Ich habe heute schon 4,3 GB gestreamt Ich liebe es Uh, schön. Naja, warte mal. Vielleicht bekomme ich es ja nochmal hin, das andere Mikro, das ich vorher hatte. Warte kurz. Das ist jetzt das andere Mikro. Oh Gott, er ist auf einmal sehr viel leiser geworden. Würde ich nicht machen. Würde ich bei dem anderen. Wenn es war ja... So besser. Ja. Jetzt ist er wieder interessant leise. Ja, ich habe auch das andere Mikro, das bei mir deutlich weiter weghängt. Ach so. Das ist das, was ich vorher hatte zu spielen. Das hängt nämlich immer noch hier. Ah. Das war ein Studiomikrofon, gell? Ja, das war ein Studiomikrofon, aber das hat auch seine besten Seiten. Das liefert aber trotzdem noch eine wirklich geile Qualität, möchte ich mal sagen. Oh ja, schlecht ist es auf keinen Fall, aber mit dem Funk-Mikro kann ich halt wirklich in der Bude rumlaufen. Das hat schon leise. Ich glaube, der Fachbegriff, der Fachausdruck dafür ist ein Lavalier-Mikrofon. Ja, so in etwa. Es ist zwar ein Lavalier, genau, aber es ist halt so ein Ding, dass du mit so einem Spannriemen um den Kopf schnallst und hast im Prinzip wirklich eine Mikropille, die du einstellen kannst. Es sieht aus wie so ein Headset-Mikro. Ah ja. Ist für VR-Spielen deutlich angenehmer. Kann ich mir. Als so ein Ding, das dir an der Brust runterhängt. Kann ich mir vorstellen. Ach ja, so. Hat noch jemand irgendwas Spannendes zu erzählen? Hm. Ja, nicht wirklich. Sven, was war jetzt der Grund, dass du jetzt doch nicht zum Silo gegangen bist? Äh, Beinschmerzen. Ich müsste erst mal eine Viertelstunde zum Bahnhof laufen. Ich müsste dann wahrscheinlich die ganze Zeit stehen und noch gehen. Und nee, meine Beine tun jetzt schon weh. Das, äh, nee, will ich den dann doch grad mit antun. Ja. Und weil ich morgen dann doch noch früh hier was am Netz umbauen will bei mir zu Hause. Also generell unser ganzes Netz eigentlich zurücksetzen, umbauen will, neu konfigurieren, ordentlich machen. Und da wollen wir morgen erstmal neue Kabel auch verlegen. Also ein Kabel zumindest, dass wir den unteren Router einfach anschließen können. Mhm. Ja. Das hört sich ja interessant an. Gut, damit sind wir am Ende dann für heute. Ich wünsche dir dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, wir machen nochmal was, was wir auch schon relativ länger jetzt nicht mehr gemacht haben. Ich habe einen Chat noch einmal nach oben gescrollt. Das ging heute relativ schnell. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich zuerst bei allen bedanken, die sich das, äh, angeschaut haben. Und die das auch irgendwie an irgendeiner Stelle auch genossen haben. Wenn dem so war, dann lasst dem Channel doch ein Follow da. Abonniert uns auf YouTube. Und schaut auf unserem Discord-Server vorbei, wo ihr alle diese netten Menschen, die heute mit dabei waren, ausnahmslos treffen könnt. Äh, beziehungsweise auch selbst mal Teil eines Streams, Videos oder einfach nur einer netten, ähm, Runde in der Community an einem Abend werden könnt. Da würde ich mich sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Und die anderen auch, bin ich mir sicher. Dann möchte ich mich bedanken bei Tobi fürs Reinschauen und fürs Mitspielen. Bei Anna fürs Reinschauen. Es hat mich sehr gefreut, dich nochmal im Chat zu sehen. Äh, vielen Dank an Jan fürs, äh, Reinschauen und fürs Mitspielen. Dankeschön auch an Stefan fürs Dagewesen sein. Das hat mich sehr gefreut. Und vielen, vielen Dank an Slotter fürs Dagewesen sein. Und natürlich auch Dankeschön an Sven fürs noch später kurz auftauchen. Hat mich auch nochmal, äh, gefreut, dich nochmal hier zu hören. Und, äh, größter Dank heute Abend natürlich an Cerebro, der, ähm, da war. Aus technischen Gründen nicht mitspielen konnte, aber das, äh, das kommt sicherlich bestimmt nochmal bald. Alleine die Anwesenheit hat mich auch schon riesig gefreut, weil wir uns lange nicht gehört haben. In diesem Sinne. Ja, definitiv. In diesem Sinne. Gebe ich ab. Wo ist er auf den Endscreen? Da ist er. Und, ähm, genau. Das Wichtigste habe ich schon gesagt. Wir wünschen euch, ihr dürft es jetzt auch sagen, ne? Also, das tschüss. Ich sag's jetzt mal vorher, bevor es wieder verkackt wird. Ja, ich hab den Clip im Kopf. Na, sehr gut. Ich wünsche euch allen, oder wir wünschen euch allen, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Spätestens in der nächsten TLA Gaming Show. Bis dahin und tschüss. Ciao. Du darfst dich auch verabschieden. Du darfst auch tschüss sagen. Oh Gott. Oh Gott. Bye. So, da haben wir's. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.